Ich wusste gar nicht, dass Heiler-Katzen immer noch so viel Damage machen können. Ja. Katzen machen einfach Damage. Einzige haben halt nur keine Blutungen, umsonst so. Nur ein Fittischer. Du brauchst ja auch nicht mehr zum Questen. Ich meine, was willst du beim Questen mit der Blutung, die 15 Sekunden tickt oder 16, wenn du die Mops innerhalb von 5 Sekunden umhauen kannst? Oh, das war ungünstig. Das ist ja auch eine beliebte Taktik in der Arena mit dem Duco Heal. Das, wenn man Full Damage geht, dass der Duco Heal Katzen macht und mit drauf haut. Wenn man jemanden unburstet. Kann man ja auch Herz der Wildnis dann benutzen für sowas. Also das Level 90 Talent müsste das sein. Ne, ich muss eben einen Schrott loswerden. User joined your channel. Ja. Wer da? Hm? Das wird jetzt nicht. Wo ist denn der? Ist hier. Ach, Bloody. Hallo Bloody. Sag Hallo zu YouTube. So, was müssen wir denn jetzt noch machen, ja? Äh. Also ich bin hier fertig, also... Flammhüter Talisman muss ich mal fallen. Ja. Hier in der Mitte stehen ein Haufen rum. Ich hab die schon alle, aber ich helfe einfach mal mit beim Kloppen. Okay. Hier nur noch ein Plammhüter und alles machen. Aber hier hinten ist einer. Hm. 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 So. Haben wir alles? Nö. Mir fehlt noch einer. Boah. Da sieht man wie alt die Quests hier noch sind. Dass man sich gegenseitig die Talismane weglooten kann. Ja vorhin bei den Grizzly Flanken ging es aber dann komischerweise, dass die jeder dann für sich looten konnte. Ja. Ja. Bei manchen Quests haben sie das angepasst, bei anderen wieder nicht. Das ist komisch. Ups. Immer noch nicht meine Fresse. Haben die noch schnell alle weggeschmissen. Oh. Passt's auf. Der Grizzly kommt. Der braucht noch einen Talisman. Schnell versteckt sie. Hm. Achja. Wenn wir das Zeug einfach nicht droppen wollen. Jetzt hab ich's. Ja. Na immerhin. Na immerhin. Autist. Schnellhack. Ja. Ja. Mariusz. Ups, er flogen. Jetzt müssen wir darum noch den Obermarker töten. Sie werden mit dem Obermarker töten. Und an den Obermarker töten. Das ist ein ganzes Wissen. Das ist ein ganzes Wissen. Das ist ein ganzes Wissen. Wir haben ein ganzes Wissen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich verwandle mich in einen Hirsch, in der Luft. Der Flygirsch. Flygirsch. Wie war das nochmal, Jägermeister mit Red Bull? Ja. Und nun? Ja nun, wir haben noch zwei Quests. Silberwasser, Wasser oder Granit? Äh, ich wäre eher für Silberwasser, die Questreihe ist interessanter. Ist das für den Worgen, ne? Ja. Silberwasser ist die Worgenquestreihe. Da gibt's am Schluss sogar ne Gruppenquest für. Und die ist sogar wirklich nur in Gruppe machbar. Also, allein hat man da übelste Probleme. Das sogar heute noch. Da geht's um Arugal, also den ehemaligen Endpass aus Burg Schattenfang. Die andere Questreihe wäre die von Dracuru. Der Guru von Dracuru? Ja. So. Giggi Quest annehmen. Ach, da ist auch noch eine. Drdrdrdrdrdrdrdrdr. Hier anstimmen geht ja mal gar nicht. Ihr seht mit denen schon fertig. Okay. Ja die Wurzeln fehlen mir noch. Die Wurzeln. Ja da gibts so ein paar komische Wurzeln die mal ausreißen müssen. Die Wolfsbannwurzeln. Achso, nachdem wir jetzt noch alle. Ich hab, sie haben aber auch bloß eine ne? Ich hab eine mal weggehauen aber sonst... Ja die hab ich auch bekommen. Ups, jetzt bin ich in dem Ork in die Arme gelaufen. Wolltest du wieder den Ork umarmen? Ja, ich hab doch immer alle lieb. Bespucken! Bei den Orks. Bei. Charge. Chachachachach. Ja nur Orks kommen auf die den Raid nur aus Kriegern zu machen. Ich find keine Wurzeln. Ach, da ist eine. Das wäre dann Nummer 3a, da hinten ist auch noch eine. Habe ich grad... Ui, ich hab einig gefunden, ich hab einig gefunden, ich hab einig gefunden. Juhu! Das war die, die ich grad gesehen hab. Hahaha. Ich war schneller. Hahaha. Jetzt sind wir schon bei 5. 0,6. Mach 8 draus, ich hab die letzten 2. Also ich... aha. Brauchst du etwas? Brauchst du etwas? Brauchst du etwas? 20 Tempo Trinket? Warum nicht? Brrrr. Brrrr. So, was haben wir hier noch? Ein Plattengurt, der schlechter ist als meiner. Und sonst nicht wirklich was, was ich davon brauchen kann. So. Wenn es mir grad so einfällt ist, die Menschen in World of Warcraft müssen totale Probleme mit Kingspeak haben. Wieso? Wenn nur männliche Menschen in einem Kingspeak sind. Und einer was sagt, weiß keiner wer es war. Wer hat das jetzt gesagt? Nein, ich war das. Wer? Hört euch alle gleich an. Wenn sie alle dieselbe Stimme haben, ne? Ja. Schönen guten Tag. Ich glaub's, sie geht für alle zurück. Aber ich glaub's, sie geht für alle zurück. Juhu, ich bin auch leveled up. Yes! GZ. So, jetzt machen wir noch die Quest mit dem Pferd. Ich hab keine Quest. Achso, doch, hab ich. Ne, hab ich nicht. Ihr habt den zu früh rausgelassen, ihr habt ihr geteilt mal die Quest. Na, ich hab die Quest jetzt auch nicht. Ja. Ja, sag ich doch. Ja. Kann ich dich ausschicken? Okay. Woll. Oh, muss das jetzt jeder einzeln machen, oder was? Keine Ahnung. Tschüss Kiki. Ich hätte gedacht, da kriegt jeder sein eigenes, aber gut. Und, äh... Die große Frage ist, ob wir dann die Quest auch abgeschlossen haben, wenn wir da sind, oder ob der jeder einzelne dann durchreiten muss. Das ist ne gute Frage. Ich folg ihn einfach mal. Gut, und wenn ich da hinten jetzt stehen bleibe und es ist andersrum, dann bin ich der Depp, der hinterher fliegen darf. Ich flieg auch mit. Ey Kiki, da laufen ein paar Wurgen hinterher. Ja. Ey Kiki, da hast ein paar Wurgen hinter dir. Das ist so der Sinn dieser Quest. Ja. Ach nee. Ach nee. Der Effekt ist unser Verkehrshely im Kopf, äh, meldet eine Verfolgung auf der A2 in Grizzlyhügel. Die A2 geht durch den Grizzlyhügel? Oh, gleich haben sie ihn, gleich haben sie ihn. Oh, 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 oh. Neuer Ding schon. Oh, haben sich einer überschlagen. Oh. Maßenkarambolage. Oh, da löst sich einer aus der Menge. Oh, eine Straßensperre. Man kann das Pferd schnell schwimmen. Das ist ein Imba-Pferdchen. Mich wundert es, dass der Wagen nicht abgesoffen ist. Welch einer ist Luft? Ja, voll die Spannung hier. Wie weit ist es noch bis zur Armatarnhütte? Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ich meine, dann stelle ich das halt da irgendwie, keine Ahnung. Der reitet halt einfach mal erstmal im Kreis, ne? Uh, Jump. Und ein Grizzly-Agro, sehr schön. Ja, ich steuere das Pferd nicht. Ne, ne vor der Wagen und ein Grizzly verfolgen dich. Ich glaube, bald hast du jeden Worgen hier in den Risseübeln plattgemacht. Worgen schlechter. Ich hab's gleich, ich hab's gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.